hallo freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid ja wie ihr hier unschwer erkennen könnt hat das erwerben des hunter outfits offensichtlich geklappt war auch tatsächlich kein problem ich habe mit dead lord thanos drei missionen gespielt und habe dann auch sofort in game das komplette outfit inklusive waffe und rucksack anhänger bekommen wie das ganze funktioniert hat und wie ihr euch da am besten zusammen schließt zwischen veteran und rekrut das zeige ich gleich im anschluss aber jetzt schauen wir uns mal an was dieses hunter outfit denn eigentlich so alles beinhaltet fangen wir mal mit der waffe an und zwar haben wir die ja ein leichtes lmg namens stinger schauen wir uns mal die talente an die sind relativ interessant und zwar haben wir einmal flink ein deckungswechsel gewährt 15 sekunden lang plus 20 prozent waffenschaden dann haben wir optimiert 15 prozent waffen handling und was auch sehr interessant ist schwer fassbar wenn ausgerüstet reparieren ausweich rollen 25 prozent rüstung kann einmal alle 60 sekunden stattfinden ansonsten ja der schaden ist jetzt nicht ganz so groß wie bei der pestilenz logischerweise auch die feuerrate nicht man kann es aufpimpen auf 135er magazin habe ich getan ist eine recht interessante waffe wird aber sicherlich nicht einer meiner hauptwaffen sein aber wie gesagt auch hier gilt folgender grundsatz einem geschenken gaul schaut man nicht allzu tief ins maul so dann gehen wir mal gleich rüber zur bekleidung dann haben wir einmal hier die stachelschutz maske erinnert ein bisschen an diese maske die wir im ersten teil für die hunter belobigung beziehungsweise für das überlebensschild bekommen haben dann haben wir die stachelschutz halsmanschette stachelschutz hose warum das ding stachelschutz heißt keine ahnung wir wäre eher so bumblebee oder irgendwie sowas wäre meiner meinung nach passender gewesen dann haben wir das hemd wir schauen uns das ganze gleich noch mal bei charakter inspizieren genauer an ich gehe jetzt nur die einzelnen teile durch dann die stachelschutz stiefel das ganze high end und dann haben wir natürlich noch die zu den sogenannten zeitmesser als rucksack trophäe das sind natürlich ja diese s hd uhren die toten division agenten abgenommen wurden und die blinken auch recht schön also das ist einer der der wenigen rucksack trophäen wo ich wirklich sagt das ist eine coole sache alles andere hier mit burger und donut und was weiß ich ja das ist so ein ding dann schauen wir uns das ganze mal genauer an indem unsere charakter muss ich noch einmal zurück hier zack soll jetzt charakter inspizieren steuerungsanzeige an und aus und da gehen wir ein bisschen raus so und dann können wir uns das ganze mal aus allen winkeln anschauen was ich was ich hier sehr interessant findet gucken das ist ein bisschen ist die axt die ist natürlich aus dem ersten teil allen wohl bekannt die axt mit der der finale fangschlag immer gern ausgeführt wird dann hier sehr schön die blinkenden uhren und was mir jetzt natürlich sehr schlecht sieht ist die weste an sich auch hier noch blinkende s hd watches also persönlich finde ich das ganze doch nicht schlecht geworden vielleicht werde ich die maske mit einem helm ersetzen aber das outfit an sich finde ich doch recht schön und wie gesagt das ganze hat von der ubisoft seite erstaunlicherweise recht flüssig funktioniert und wie das dann zustande kam zeige ich euch jetzt so freunde um dieses hunter outfit komplett zu erlangen müsst ihr als so genannte veteran mit einem so genannten rekruten zusammen drei missionen in der division 2 spielen ja jetzt ist natürlich das problem haben ihr braucht entweder einen agenten der das spiel gerade neu gekauft hat oder aber ihr kennt jemand der das spiel schon länger hat aber nicht mehr als zwei stunden gespielt hat und da werdet ihr erst mal sagen ja das wird schwierig aber ich habe sehr überrascht ich habe in meiner freundesliste doch tatsächlich leute die das spiel haben aber die haben tatsächlich auch weniger als zwei stunden gespielt aus welchen gründen auch immer und wir sind hier auf der ubisoft.com seite auf der deutschsprachigen version ich werde den link zu dieser speziellen seite der es um diese freundeseinladung geschichte geht hier unter dem video in der video beschreibung posten und da melde euch erstmal an ganz normal das läuft meistens automatisch mit dem gleichen anmeldedaten wie bei uplay natürlich und dann seht ihr folgendes ihr habt ihr erst mal eure uplay freundesliste und da könnt ihr schon mal rum scrollen und da seht ihr die die ausgegraut sind das sind die leute die nicht für dieses programm in frage kommen und die die noch weiß sind die könntet ihr einladen und zum spielen bewegen das habe ich auch probiert hier mit deadlord Thanos habe ich ja dann letztendlich auch geschafft allerdings hat es hier über diese liste nicht funktioniert also das würde dann so sein ich würde hier anklicken und dann hier unten auf lade ausgewählte freunde ein und das hat aber nicht funktioniert da hat er keine einladung bekommen was wir gemacht haben und was ich euch auch empfehle ist diesen link hier zu kopieren an denjenigen zu schicken mit dem ihr dann letztendlich zocken wollt und der klickt dann darauf meldet sich an und muss dann bestätigen dass er quasi mit euch zusammen in diesem programm spielen will und das ganze sieht dann so aus ihr bekommt dann eine e mail da steht dann jetzt hier mein fall agent 40 zocken du hast einen neuen agenten geworben dein freund hat eine einladung akzeptiert logge dich ein und schließe drei koop mission mit deadlord Thanos ab um deine exklusiven stachelschutzanzug kompliziertes wort freizuschalten so hier seht ihr diesen balken das ist quasi der fortschritt von der ganzen sache das ganze besteht nämlich aus drei teilen wenn ihr alle belohnungen haben wollt wenn ihr das komplette schutzanzug paket haben wollt wenn ihr dann noch diese zwei rucksack trophies haben wollt dann müsst ihr mit drei verschiedenen freunden spielen das ist wichtig ich persönlich interessiere mich für diese rucksack anhänger eher weniger ich wollte nur das komplette paket haben und deswegen ist für mich dieses programm nach dem gestrigen abend erledigt aber hier sieht man sehr schön den fortschritt der ist am anfang wenn ihr das erste mal auf diese seite kommt natürlich komplett grau und leer und seit gestern abend ist das hier bei mir ausgefüllt wenn ihr weiter runter scrollt auf seite seht ihr noch ja so scroll drop down menüs in denen alles ganz noch ein bisschen dezidierter erklärt wird also würde ich euch empfehlen das ganze auch mal durchzulesen ja und hier seht ihr dann noch mal das was als belohnung für den ersten step gibt gut also wie gesagt macht das hier nicht über diese liste das funktioniert anscheinend irgendwie nicht sondern schickt eurem freund diesen link den bestätigte dann und wenn ihr dann die drei missionen in game abgespür abgeschlossen habt bekommt ihr auch eure belohnung bekommt ihr noch mal eine e mail da steht dann hier deine belohnung warten auf dich glückwunsch agent 40 socken du und dein freund habt erfolgreich die missionen abgeschlossen und neue belohnung freigeschaltet bei mir war das zeug sofort in game in meiner kiste im weißen haus und es gibt wohl auch berichte im forum habe ich ein bisschen was gelesen bei ubisoft dass das ganze manchmal bis zu 24 stunden dauert bis das zeug dann in der kiste ist aber das kennen wir ja von anderen sachen wie vanity klamotten und irgendwelchen masken auch schon aber wie gesagt bei mir hat es sofort funktioniert ja gut das sollten auch gewesen sein als kurze info ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen vielleicht weiterhelfen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen freitag guten start in das wochenende wir hören und sehen uns in einem meiner nächsten videos oder einem meiner nächsten live streams bis dahin euer ü40